Es ist eine tolle Möglichkeit, sich einem einfach größeren Publikum zu präsentieren, bekannter zu werden. Und man trifft natürlich auch viele nette Kollegen, hat tolle Gespräche. Und daraus entstehen wieder Netzwerke, die einem dann auch helfen, um mal was Neues kennenzulernen und zu machen. Ja, zum einen ist es halt schön, dass sowas mal in Augsburg stattfindet. Es ist sehr gute Stimmung, es ist gut gelegen. Also die Hallenwahl mit der Kongresshalle hat auf jeden Fall gut gepasst. Gute Stimmung, nette Leute, nette Kollegen. Nachdem wir von Magnifakere aus Augsburg kein aktives Ladengeschäft betreiben, sondern überwiegend im Onlinehandel tätig sind, nutzen wir solche Veranstaltungen wie hier, die von YukiYuki in Augsburg in der Kongresshalle, um Kunden einzuladen, uns mit Kunden zu treffen, neue Kunden anzutreffen, die wir zuvor noch nicht bei uns im Bestand hatten, als Kommunikationsplattform, so damit wir mit den Kunden eben im Kontakt bleiben können. Und aufgrund der tollen und unkomplizierten Durchführung von YukiYuki und hier die Unterstützung vor Ort, war das für uns ein ganz tolles Erlebnis, ein wunderschöner Tag hier in Augsburg. Tolle Sache, prima gemacht YukiYuki, toll. Musik 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 Das ist für mich das erste Mal auf einer Messe zu sein, mich zu repräsentieren und einfach bekannt zu werden. Und Kontakt sich zu sammeln und für den Anfang war das echt gut für mich. Ich hoffe, nächstes Mal, wenn es wieder ein nächstes Mal gibt, dabei zu sein. Musik Musik Musik